Glaubt an euch, Männer, glaubt an euch. Männer, es geht weiter, weiter, weiter. Die 50-50-Bäder waren in der ersten Halbzeit alle bei denen. Zweiter Halbzeit sind die bei uns. Glaubt's mir. Die haben Angst, dass sie heute hier verlieren und ausscheiden. Männer, das ist unsere große Chance. Fuck it up, was drin ist. Die letzten Körner, für den einen Schuss, ein Tor. Ein Tor fehlt uns doch, Männer. Ein Tor. Ein Tor, das ist unsere große Chance.